In dem folgenden Video erfahren Sie, warum eine Anmeldung für Sie von Vorteil ist. Als nicht registrierter Nutzer ist es Ihnen nicht möglich, online Preise und Lieferzeiten einzusehen. Nach erfolgter Anmeldung werden Ihnen diese im Warenkorb angezeigt. Außerdem haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Produktkonfigurationen abzuspeichern. Hier am Beispiel eines HGH-15-Laufwagens. Diesen finden Sie nach dem Speichern unter Meine Projekte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017